Wir haben eine Wirtschaftskrise. Immer mehr Menschen fürchten um ihre Arbeitsplätze. Was ist zu tun? Die Linke sagt, lasst uns die Kaufkraft stärken und öffentliche Investitionen tätigen. Wenn wir die Kaufkraft stärken wollen, dann denken wir an diejenigen, die den Euro dringend brauchen. Das sind die, die Hartz IV beziehen, das sind die Rentnerinnen und Rentner und das sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die niedrige Löhne haben. Ihnen muss man mehr Geld lassen. Das heißt, die Hartz-IV-Sätze müssen erhöht werden, die Renten müssen um 4 Prozent angehoben werden und wir brauchen endlich einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,71 Euro wie in Frankreich. Wir müssen auch an unsere Kinder denken. Wir haben Schulen, in denen der Kalk von den Wänden rieselt. Hier gibt es doch die Möglichkeit, denen Arbeit zu geben, die gerne Aufträge annehmen. Die Handwerker beispielsweise. Und dann noch die Frage, wer soll das bezahlen? Nicht die kleinen Leute, sondern diejenigen, die in den letzten Jahren Blenden verdient haben. Die Millionäre. Sie wollen wir zur Kasse bitten.